hallo alle zusammen und zwar habe ich einen erfolg wieder für euch an der folgenden stelle zu finden ganz in der nähe von teleporter hier an der stelle hier haben wir an diesem automaten eine flasche können wir uns hier nehmen und ja die müssen wir einmal anwenden die wendet ihr einfach nur an was ganz gut und sie da erfolg das war es auch schon okay ciao ciao bis zum nächsten mal